Es geht um Sex bei diesem Trick. Sprichtest du es mehr an? Ja. Alles klar, okay pass auf. Dieser Ball ist pure Erotik. Wenn ich ihn nämlich reibe, fängt er an zu stöhnen. Hörst du es? Ah! Quatsch! Okay, pass auf. Und dann teilt er sich und dann haben wir zwei. Okay. Okay, eigentlich geht es heute um ein Gewinnspiel. Darf ich ihn mal anschauen? Ja klar, mach mal eine Hand auf und heiz sie so. Weil heute geht es um ein Gewinnspiel, was wir machen. Und wenn du dieses Gewinnspiel gewinnst, dann erfülle ich den Wunsch. Cool. Cool, oder? Und jetzt ist erstmal eine Aufwärmrunde angesagt, pass auf. Ich nehme den hier, den tue ich in die Hand. Und du gib mir den. Bist du rechts oder links? Rechts. Rechts? Okay, dann gib mir mal die linke Hand. Genau. Du kriegst den anderen. Fest schließen die Hand. Okay. Ausstrecken den Arm. Perfekt. Okay, Lilly. Wie viel sind hier drin? Zwei. Zwei? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Du bist jetzt auch ein Künstler hier. Ja, zwei. Ja, zwei? Ja. Nein, keiner. Tut mir leid. Nein! Doch! Geht das nicht? Mensch! Egal, Aufwärmrunde. Wie gesagt, noch eine Aufwärmrunde. Kannst du nochmal? Genau, perfekt. Ich habe nämlich noch einen dritten dabei. Okay? Und jetzt geht es um die Burscht. Einer. Zweiter. Dritter in die Tasche. Wie viel sind hier drin? Zwei. Zwei? Ja. Obwohl, nee. Einer. Einer? Ja. Magst du eine Schale aus deinen Händen machen? Es sind nämlich drei. Eigentlich hätte ich dir jetzt einen Wunsch erfüllt. Aber du hast leider verloren, Lilly. Nein, Quatsch. Geht weiter. Okay, ich erfülle den Wunsch. Ich nehme doch mal die drei Welle. Machst du deine Hand auf. Genau. Du nimmst sie einfach. Schließt sie fest. Okay, ausstrecken den Arm. Warte mal, hier ist was Hartes. Ausstrecken den Arm. Das Hartes. Ja. Okay, denk mal an irgendwas. Ich werde jetzt nämlich versuchen, die Bälle in das zu verwandeln, woran du gerade denkst. Okay? Das schaffst du nie. Das schaffe ich nie? Nee. Warum nicht? Weil du ja gar nicht weißt, woran ich denke. Vielleicht? Okay, los. Okay. Ja. Obwohl, nee, warte. Wenn ich das laut sagen muss, muss ich mich ja gerade zusammen. Bleib mal ruhig dabei. Bleib mal ruhig dabei, okay? Hast du's? Ja. Okay, stell's dir bildlich vor. Ja. Hat's was mit mir zu tun? Nee. Nee? Nein, du hast es auch. Ich hab's auch. Ja. Wow. Okay. Und das will ich. Magst du die Hand mal ganz langsam aufmachen? Okay. Nee. Hey, die gravitational ist, okay? Vielleicht auch sieht ich den канал. Nee, das ist voll. Wie ist die Holiday lastig mal? Danke, du würdest viel! Ich glaube, ich habe schon... ...jagst dich auch noch mal ganz langsam hoch. Das ist toll! Ich dachte, ihr seid ein Pärchen! Krass, wie geht's? Wow! Ja, krass auf jeden Fall! Danke! Magic!